Der Biawäscher Nationalpark. Einer der letzten europäischen Urwälder und UNESCO-Weltnaturerbe. Doch der Nationalpark an der polnisch-weißrussischen Grenze bleibt nicht mehr unberührt. Hier werden Bäume gefällt, mehr als jemals zuvor. Umweltschützer versuchen das zu verhindern. Ich kann die Vernichtung des Waldes nicht akzeptieren. Denn ich empfinde ihn als unser gemeinsames Eigentum. Ich kann nicht ruhig bei seiner Zerstörung zusehen. Die, die nicht zuschauen wollen, das sind die Aktivisten von der Umweltschutzorganisation Wildes Polen, die am Rande des Urwalds in einem Lager kampieren und von dort aus Blockaden und Proteste organisieren. Adam Bogdan ist Chef und Gründer der Organisation. Eben hat der Biologe erfahren, wo genau die Forstmaschinen heute im Einsatz sind. Die Umweltschützer brechen auf, um die Abholzung zu blockieren. Die Aktivisten ziehen diese Aktionen inzwischen fast täglich durch. Seit die Regierung vor anderthalb Jahren die Verdreifachung der Holzrodungen genehmigte, haben die Abholzungen zugenommen, auch in Bereichen, in denen früher nicht gerodet wurde. Inzwischen sind überall im Naturschutzgebiet Forstwächter aus ganz Polen im Einsatz, um die Umweltschützer von den Rodungsstellen fernzuhalten. Ein Katz- und Mausspiel. Bereits nach wenigen Metern wird Adam aufgehalten. Seine Personalien werden aufgenommen. Adam und die Aktivisten geben nicht auf. Sie versuchen, die Sperre der Forstleute zu umgehen. Professionell ausgestattet mit GPS-Trackern haben sie die Position der Holzfellaktion markiert. Im Gepäck haben sie Nahrung, warme Kleidung und Isomatten, um notfalls auch eine längere Blockadeaktion durchhalten zu können. Doch sie werden erneut von uniformierten Waldhütern entdeckt. Jurek, zeig den Herrschaften den Weg, sie haben die Orientierung verloren. Bitte gehen Sie zu meinem Kollegen, er zeigt Ihnen den Weg. Ihre Personalien wurden schon mehrfach aufgeschrieben und trotzdem wollen Sie noch einmal ins gesperrte Gebiet? Wenn das Gebiet gesperrt ist, was machen Sie denn hier und warum haben Sie keine Schutzhelme auf? Die Umweltschützer ziehen sich zurück. Ganz vergeblich waren die Anstrengungen nicht. Einem Teil der Gruppe ist es gelungen, zur Rodungsstelle durchzubrechen und die Abholzaktionen zu stören. Erleichtert umarmen sie sich. Einigen ist die Anstrengung deutlich anzumerken. Sie versammeln sich für ein Statement, das aufgenommen und später in den sozialen Netzwerken gepostet wird. Es ist uns gelungen, die Rodung im UNESCO-Schutzbereich des Urwaldes kurzzeitig zu stoppen. Am Anfang sah es sehr dramatisch aus und es war ziemlich gefährlich. Unsere Aktion an der Rodungsstelle führte nicht sofort dazu, dass der Harvester seine Arbeit einstellte. Deshalb war es sehr heikel. Niemand hat sich verletzt. Allerdings wurde ein Aktivist verhaftet und aufs Revier der nahegelegenen Stadt Hainowka gebracht. Der zivile Widerstand der Umweltschützer bewegt sich in einer gesetzlichen Grauzone. Die Forstverwaltung sperrt Waldgebiete, in denen gerodet wird. Der Zutritt ist streng verboten. Was geschieht mit dem verhafteten Aktivisten? Wir wollen wissen, warum er immer noch hier auf dem Revier ist. Wir sind die Zeugen des Geschehens und können auch mit Informationen dienen, die bei der Ermittlung für sie hilfreich sein könnten. Einige Stunden später kam der Umweltschützer frei. Der Biahuwesha Nationalpark ist der letzte große Tiefland-Urwald in Europa. Seit Jahrzehnten gehört er wegen seiner Artenvielfalt und Unberührtheit zum UNESCO-Weltnaturerbe. Hier gibt es die letzten frei lebenden europäischen Wiesente. Außerdem Wölfe, Luchse, Elche, mehr als 120 Vogelarten, Otter, tausende einzigartiger Insekten und Käfer. Manche Gegenden existieren seit Jahrhunderten ohne jede menschliche Einflussnahme. Diese Unberührtheit überzeugte die UNESCO. Sie stimmte 1979 Polens Antrag zu und nahm den Wald in die Weltnaturerbeliste auf. Ein Titel, der jedes Jahr tausende Touristen nach Biahuwesha lockt. Doch diese Idylle ist bedroht durch die intensiveren Abholzungen. Die Begründung der Regierung, der Urwald sei durch die Ausbreitung des Borkenkäfers gefährdet. Deshalb sollen befallene Bäume gerodet werden, selbst in Gebieten, die bisher vor Eingriffen jeglicher Art geschützt waren. Die Umweltschützer kommen nicht nur aus Polen, sondern auch aus Tschechien, Deutschland und Frankreich ins Camp. Freiwillige Idealisten, Studenten, Akademiker, Künstler, deren Aktivitäten teilweise durch Spenden finanziert werden. Ein ständiges Kommen und Gehen. Manche sind monatelang permanent da. Andere kommen immer wieder für kürzere Aufenthalte. Wir haben dieses Lager errichtet, weil wir verzweifelt sind und keine Alternativen haben. Seit zehn Jahren kämpfen wir hier für den Schutz dieses Urwalds. Mit der Vorgängerregierung haben wir vor zwei Jahren einen Kompromiss vereinbart. Die alten Waldbestände, die über 100 Jahre alt sind, sollten geschont werden. Dieser wilde Urwald sollte nicht gefällt werden. Der 41-jährige Adam Bogdan ist Biologe. Vor zehn Jahren gründete er die Umweltschutzorganisation Wildes Polen. Die Widerstandsaktionen der Aktivisten sind nicht ungefährlich. Denn die Fahrer der Harvester, der großen Fellmaschinen, verhalten sich oft rücksichtslos. Wie man hier sieht, ist der Harvester einfach weitergefahren. Unser Kollege war schon auf der Kabine. Ein großes Risiko. Er hätte tot sein können oder schwer verletzt. Am wichtigsten ist es, wenn man auf dem Harvester drauf ist, sich schnell anzuketten, um ihn gleich zu blockieren. Die Blockade der Harvester ist das Hauptziel der Umweltschützer. Denn die riesigen Forstmaschinen holzen täglich große Mengen an Bäumen im Urwald ab. So viele wie eine ganze Forstbrigade in einem Monat bewältigt. 93.000 Bäume wurden in diesem Jahr schon gefällt. Wir mussten den Harvester schnell stoppen, weil wir gehört haben, dass die Forstwächter unterwegs sind. Deshalb mussten wir uns anketten, bevor wir vertrieben oder verhaftet werden. Wir fühlten uns, als ob wir einen Panzer im Krieg eingenommen hätten. Die Umweltschützer riskieren viel. Waldhüter und Polizisten gehen oft rabiat und teilweise brutal vor. Wirklich merkwürdig an der ganzen Geschichte war, dass wir gesehen haben, dass die ganze Aktion vom Oberförster geleitet wurde. Er hat der Polizei die Hinweise gegeben, wie er zu verhaften sei. Auf diese Leute hat er mit dem Finger gezeigt. Damit hat die Polizei meiner Meinung nach gegen ihre eigenen Vorschriften verstoßen. Auch für Adam Borgdan steht viel auf dem Spiel. Dem Vater von zwei Kindern drohen nicht nur hohe Geldstrafen. Ich bin mir bewusst, dass mein Engagement hier schwierig ist. Auf der einen Seite ist es extrem wichtig, weil wir mit unseren Aktionen vielleicht die Entscheidungen des Umweltministeriums und der internationalen Gremien beeinflussen können. Andererseits kenne ich mögliche Konsequenzen unseres Handelns. Und ich möchte nicht übertreiben. Es ist Sommer, ich habe Kinder und ich würde mit ihnen gerne ans Meer oder an einen See fahren. Das wäre mir lieber, als im Gefängnis zu landen. Der Oberförster Andrzej Antschak befindet sich ganz auf Regierungslinie. Es muss gerodet werden, um den Borkenkäfer zu bekämpfen. Bis vor kurzem konnte sich der Borkenkäfer ohne Einschränkungen entwickeln. Seit einiger Zeit jedoch gehen wir dagegen vor. Wenn wir nichts unternehmen würden, dann gäbe es an dieser Stelle keine Eiche und keinen Ahorn. Diese Bäume jedoch sind typisch für unseren Wald. Der Förster Andrzej Antschak möchte den verheerenden Einfluss des Borkenkäfers präsentieren. Erst nach mehreren vergeblichen Versuchen jedoch gelingt es ihm, den Forstschädling zu finden. In einem warmen Sommer gibt es fünf Generationen von Käfern. Ab Mitte April befallen sie die Bäume. Die letzte Generation ist bis Mitte Oktober aktiv. Von den Aktionen der Umweltschützer hält der Förster Andrzej Antschak, der mittlerweile seit über 40 Jahren seinen Beruf ausübt, nichts. Weil die Umweltschützer so ein großes Theater machen, laut herumschreiben. Die UNESCO sowie die Europäische Union mit ihren Protestschreiben bombardieren. Nur deshalb gibt es bei diesem Thema so einen großen Wörter. Müssen die Bäume tatsächlich gerodet werden, um die Ausbreitung des Borkenkäfers zu verhindern, wie es die Forstverwaltung und die polnische Regierung verlangen? Adam Bogdan untersucht die natürlichen Zerfallsprozesse im unberührten Teil des Urwalds. Auch hier ist der Borkenkäfer immer wieder aktiv und bringt Bäume zum Einstürzen. Ohne das Eingreifen des Menschen. Dieses Fehlen der menschlichen Einflussnahme führt zu einer enormen biologischen Vielfalt. Diese Prozesse sind ganz natürlich. Deshalb gibt es hier auch so viele unterschiedliche Baumarten. Einige fallen um, zerlegen sich, zersetzen sich und bilden gute Bedingungen für andere Pflanzen. Der Wald hier ist dunkel und feucht. Und dort, wo ein großer Baum umfällt, beschädigt er seine Umgebung. Es entsteht eine Lücke. Neue Pflanzen und Bäume wachsen nach. Der unberührte Urwald fasziniert nicht nur den Umweltschützer Adam Bogdan, sondern auch den studierten Biologen, der sich auf Mose und Flechten spezialisiert hat. Dieses Gebiet ist für Biologen, Forscher und Naturwissenschaftler sehr interessant. Jedes Jahr werden neue Gattungen von Pflanzen entdeckt. Auch ich habe hier Flechten entdeckt, die ausgestorben waren oder die es hier früher nicht gab. Jedes Jahr erscheinen hunderte von Veröffentlichungen und Artikeln von Forschern. Und wenn ich eine neue Gattung entdecke, fühle ich mich ein wenig wie Indiana Jones. Auch der Schutztitel der UNESCO bezieht sich auf den naturbelassenen Urwald, wie er sich vor Hunderten von Jahren entwickelt hat. Dabei geht es um den Schutz der Arten- und Pflanzenvielfalt. Adam Bogdan hält die Argumentation der Regierung und der Forstverwaltung, man wolle den Urwald vor dem Borkenkäfer retten, für vorgeschoben. Es gehe um kommerzielle Interessen. Hier sehen wir tote Bäume. Die waren vor einem Jahr vom Borkenkäfer befallen. Der sitzt genau zwischen der Rinde und dem Stamm. Die Bekämpfung des Borkenkäfers ist auch der offizielle Grund für die Rodungen im Urwald. Doch wenn das der tatsächliche Grund wäre, dann müsste man die befallenen Bäume roden und wegbringen, damit der restliche Wald nicht infiziert wird. Oder man müsste die Baumrinde direkt vor Ort verbrennen, damit sich die Seuche nicht auf die restlichen gesunden Bäume überträgt. Davon ist aber nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil. Von diesem Holz liegt die Rinde hier überall herum. Sie wird nicht entsorgt und auch nicht verbrannt. Dieses alte Holz wurde entrindet und man will es weiterverkaufen. Der Kampf um den Urwald spitzt sich zu. Mittlerweile hat er auch die europäische Ebene erreicht. Die UNESCO droht Polen, wenn die intensiven Abholzungen nicht aufhören, dann werde man dem Biawescha-Urwald auf die rote Liste des gefährdeten Welterbes setzen. Der europäische Gerichtshof hat einen sofortigen Stopp der Rodungen verfügt. Vor Ort wird die Stimmung gereizter. Ein Umweltschützer wurde gerade von einem Forstwächter angefahren. Wegen früherer Aktionen im Urwald wurden wir vom Oberförster zu einer Anhörung vorgeladen. Heute Morgen um 39. Wir wollten uns stellen. Wir sind hier in einer Straße gefahren, die gesperrt war. Das Schild hatten wir übersehen. Wir wollten hier parken. Plötzlich hielten sein Förster an. Er wollte unsere Ausweise sehen. Wir fragten nach seinem. Die Stimmung wurde gereizt. Dann setzte sich der Förster ins Auto und wollte losfahren. Und dabei hat er mich angefahren. Danach wurde die Polizei gerufen. Adam Bogdan ist zum Unfallort gekommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es eine reine Provokation war und eine Demonstration von Macht, um zu zeigen, die Forstleute sind hier die Herrscher und wir nur die Außenseiter. Und am besten wäre es, wenn wir sofort verschwinden würden. Die Fronten sind verhärtet wie nie. Auf der einen Seite die polnische Obrigkeit mit ihren traditionellen Vorstellungen von Recht und Ordnung. Auf der anderen die Umweltschützer mit ihren Guerilla-Aktionen, zu denen sie vor allem im Internet aufrufen. Dort erzielen sie eine enorme Wirkung. Tausendfach werden die Bilder und Filme angesehen. Katarzyna aus Warschau koordiniert die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken. Ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen. Denn der Sozialarbeiterin, die für verschiedene Bildungsprojekte arbeitet, wurde schon eine Stelle gekündigt, weil sie sich für den Erhalt des Urwalds einsetzt. Und auch die Familie sieht ihr Engagement kritisch. Meine Familie ist massiv von der offiziellen Propaganda beeinflusst. Meine Argumente erreichen sie nicht. Wir, die Umweltschützer, werden in einem sehr schlechten Licht dargestellt. Als ob durch uns der Urwald zugrunde gehen würde. Und wenn ich meine Familie auf dem Land besuche, dann habe ich wenig Chancen, sie zu überzeugen. Obwohl ich mit 32 Jahren kein kleines Kind mehr bin, würden sie mich am liebsten von ihr wegholen und nach Hause mitnehmen. Biaubescha ist ein kleines Dorf an der Weißrussischen Grenze inmitten des gleichnamigen Urwalds. Fast jeder der 2000 Einwohner lebt vom Wald, entweder von den Touristen oder von der Forstwirtschaft. Viele glauben der Propaganda von Regierung und Förstern, wonach die Umweltschützer, fremde Eindringlinge, den Wald zerstören wollen, indem sie dem Borkenkäfer freien Lauf lassen. So sieht es auch Elspieta Laprus, eine pensionierte Lehrerin und Abgeordnete im lokalen Parlament von Biaubescha. Früher unterrichtete sie polnisch an der Forstschule. Ich wurde erzogen mit dem Respekt vor Uniformen und der Natur und dem Umgang mit den Tieren. Diese Umweltschützer, die hierher kommen und keinerlei Respekt vor der Natur und den Tieren zeigen, das sind für mich die Aktivisten von den städtischen Plattenbauten. Die haben keinen Bezug zur Natur wie die Menschen, die hier aufgewachsen sind. Regelrecht empört ist Elspieta Laprus darüber, dass die UNESCO und die Europäische Union mit Sanktionen drohen, wenn weiter abgeholzt wird. Ich habe schon längst festgestellt, dass die europäischen Medien sich vor allem auf die Berichte der Umweltschützer stützen. Unser Standpunkt dazu interessiert sie überhaupt nicht. Darüber bin ich sehr empört. So verhalten sich auch die EU und die UNESCO. Da wird etwas beschlossen, ohne auf unsere Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Wir kommen uns vor, als ob Beschlüsse über unsere Köpfe hinweggefällt werden. Im Namen der Bevölkerung möchte ich sagen, nicht ohne uns Polen. Auch die Bibliothekarin Joanna Lapinska stammt aus Biaubescha. Zusammen mit einigen Mitstreitern engagiert sie sich gegen die Rodungen. Sie sind eine Minderheit, denn die meisten Einwohner im Ort befürworten die Abholzungen. In der strukturschwachen Region an der weißrussischen Grenze ist die Holzindustrie mit ihren Sägewerken oft der einzige Arbeitgeber. Wir haben vor einigen Monaten eine Unterschriftensammlung durchgeführt. Da ging es um ein Protestschreiben an die polnische Ministerpräsidentin Szydło zum Thema Abholzungen. Innerhalb von zwei Wochen haben wir 400 Unterschriften gesammelt. Das sind sehr wenige, denn in Hainovka leben 20.000 Menschen. Im Biaubescha 2.000. Es war eine sehr angespannte Atmosphäre. Viele hier haben Angst, dass sie etwas riskieren, wenn sie sich zu diesem Thema äußern. Beispielsweise ihre Arbeitsplätze oder ihren sozialen Status. Im Städtchen Hainovka hängt gut sichtbar ein Plakat über der Hauptstraße. Darauf steht, die Pseudo-Umweltschützer machen unseren Urwald kaputt. Wir müssen ihn wieder aufbauen. Umweltschützer sind hier im Ort der Feind Nummer 1. Wie der Satan in Menschengestalt. Vor kurzem hörte ich von einer älteren Frau, sie würde die Umweltschützer am liebsten an die Wand stellen und erschießen. So wie Hitler und Stalin. So erregt sind die Menschen hier über uns Umwelt- und Urwaldschützer. Weil sie eben nicht verstehen, was wir anstreben. Ich wohne hier in der Nähe, auf dem Land. Meine Anschauungen sind öffentlich. Ich verberge sie nicht. Und ich werde deshalb oft angegriffen. Auch von meinen eigenen Nachbarn. Es geht so weit, dass sie mich richtig bedrohen, auch verbal. Sie sagen mir offen ins Gesicht, ich soll wegziehen, weil ich Blödsinn erzähle. Und nicht mehr in unsere alte Gemeinschaft gehöre. Joana Lapinska und ihre Mitstreiter wollen sich nicht entmutigen lassen. Swabek Drone betreibt im Biawesha ein kleines Café und eine Fahrradausleihe für Touristen. Seit sechs Generationen lebt seine Familie im Ort. Er ist überzeugt davon, dass der Urwald vor dem Abholzen geschützt werden muss, damit die Touristen sich an der intakten Natur erfreuen können. Arkadiusz Smig ist gelernter Förster und kennt sich aus mit der Bewirtschaftung des Waldes und der Bekämpfung von Forstschädlingen wie dem Borkenkäfer. Auch für ihn ist klar, für die intensiveren Rodungen gibt es nur einen Grund. Aus meiner Sicht hat die Verdreifachung der Holzrodung nur eine einzige Ursache, die Gewinnpolitik. Und das wird nicht nur hier im Biawesha-Urwald so gemacht, sondern seit dem Machtwechsel findet das landesweit statt. Der neue Direktor der polnischen Wälder praktiziert das überall so. Die polnische Regierung und die Forstverwaltung nehmen keine Rücksicht auf internationale Beschlüsse. Das stellen Adam Bogdan und seine Mitstreiter fest. Genau einen Tag nach dem UNESCO-Beschluss, den Biawesha-Urwald auf die rote Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen, wenn die Rodungen nicht sofort aufhören, entdecken sie frische Spuren von Abholzungen. Ein Harvester biegt im höchsten Tempo um die Ecke und fährt davon. Wir sind hier vor 20 Minuten angekommen und wir haben den Harvester noch arbeiten hören. Der Fahrer hat uns wahrscheinlich gesehen und ist deshalb schnell abgehauen. Aber wir sehen hier noch die Spuren der Arbeit, die tiefen Radspuren, die frischen Abholzspuren. Das Schlimmste daran ist, hier in diesem Bereich wachsen vor allem über 100-jährige Fichten. Und hier dürfte auf gar keinen Fall gerodet werden. Der Umweltminister nimmt Beschlüsse nicht ernst, weder die der UNESCO noch die der EU-Kommission. Weder die polnische noch die internationale öffentliche Meinung. Er kümmert sich nicht darum. Deshalb müssen wir mit unseren Aktivisten die Harvester blockieren. Wieder einmal schaffen es die Umweltschützer, die Forstleute zu überrumpeln. Sie haben herausgefunden, wo genau die Harvester in der Nacht geparkt werden. Seit dem frühen Morgen blockieren die Aktivisten die Ausfahrt. Einige haben sich an Betonfässer gekettet, um den Abtransport zu erschweren. Die herbeigerufenen Polizisten nehmen die Personalien auf. Es wird Restriktionen für die Umweltschützer geben. In meinem gewohnten Alltag leiste ich keinen Widerstand gegenüber den offiziellen Behörden. Da unterrichte ich meine Studenten. Hier ist es anders. Wir sind hier beim friedlichen Widerstand gegen das Abholzen des Urwaldes. Dies ist eine Protestaktion. Wir sind nicht aggressiv. Die Polizei muss auch ihren Job erledigen. Ich hoffe, sie werden nicht aggressiv vorgehen. Wir jedenfalls. Wir bleiben friedlich. Ich habe mich entschieden, den Umweltschutz nicht nur moralisch zu unterstützen. Nur zuzuschauen, wie andere etwas machen oder nur Petitionen zu unterschreiben, das will ich nicht. Man muss auch seinen eigenen Beitrag leisten, um die Rodungen zu stoppen. Ich will später mit einem reinen Gewissen in den Spiegel schauen können. Adam Bogdan ist diesmal nicht angekettet. Er hat die Blockade organisiert, 20 Aktivisten mobilisiert und von den Forstwächtern unbemerkt hierher gelotst. Diese Aktion soll die Rodungsarbeiten verhindern. Die Maschinen hinter dem Zaun, das sind ein Vorlader und ein Harvester. Der Harvester fällt die Bäume, der Vorlader sammelt sie ein, lädt sie auf und fährt sie aus dem Wald heraus. Auf diese Art und Weise können am Tag 200 bis 300 Bäume gefällt werden. So viel, wie eine Holzfällerbrigade in einem Monat schafft. Deshalb lohnt sich diese Blockade. Die Auseinandersetzungen sind noch nicht beendet, denn der Kampf um einen der letzten Urwälder Europas ist in vollem Gange. Die Regierung und die Forstverwaltung roden weiter und transportieren das Holz ab, völlig unbeeindruckt von internationalen Protesten und angedrohten Sanktionen. Und deshalb werden sie sich ihnen weiter in den Weg stellen, die Aktivisten vom wilden Polen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017